Hallo, heute möchte ich mit dir über die maximale mögliche Golf-Performance sprechen, die für dich am Tag XY möglich sein kann. Jetzt in erster Linie, was brauchst du dazu? Die Score-Karte, die kannst du eigentlich vergessen. Weil die Score-Karte, die kennt nur eine gewisse Vorgabe und kennt keinen Unterschied, ob das Wetter heute gute Bedingungen für dich hat. Das heisst, windet es? Ist es warm genug? Sind die Bedingungen optimal, dass der Ball auch weit genug fliegen kann? Weil der Golfball, das ist das Nächste, das ist auch ein Performance-Lieferant. Und der braucht mindestens Zimmertemperaturen, damit er auf seine Touren kommt, damit er auch die Distanz, die er fliegen könnte, fliegen kann. Jetzt, wenn es zu warm wird oder zu kalt, dann geht er nicht mehr optimal weg von der Schlagfläche und du wirst deine Länge nicht erreichen können. Wenn der Golfball dann noch Gegenwind bekommt, dann ist, wenn die Temperaturen nicht stimmen, doppelt so schwer, weil so kann er nicht mehr fliegen und du kommst eigentlich gar nicht auf diese Länge, die du haben könntest. Gut, das Nächste ist natürlich auch der Golfplatz. Wenn du auf einem Golfplatz spielen gehst, dann müssten die Bedingungen so optimal oder so perfekt wie möglich sein, damit, wenn du an den Ball kommst, die Fairway-Länge zum Beispiel nicht zu lange ist und zwischen der Schlagfläche und deinem Golfball zu viel Gras sich einklemmen würdest, weil dann stimmt die Spinrate nicht mehr und der Ballkontakt und die Energie kann nicht mehr richtig übertragen werden auf den Golfball. Also die Fairway-Schnitthöhe, das Semiraff, ist es zum Beispiel dort noch spielbar oder nicht? Ist es wie auf der Tour, 10 bis 12 cm hoch, dann wird es ziemlich schwierig mit dem Golfschläger da durch das Semiraff zu kommen. Dann wie sind die Raffbedingungen? Ist der Ball dort noch spielbar oder nicht? Wir haben hier in der Schweiz zum Beispiel eine gewisse Zeit, wo das Gras wachsen gelassen werden muss und dann ab dem 15. Juni dürfen die Bauern das hohe Gras abschneiden und von da an ist es wieder möglich eigentlich zu scoren, wenn Golfbälle links oder rechts von der Bahn ändern, weil man dann die Bälle wieder findet und von da wunderbar in der Regel weiterspielen kann. Und auch die grünen Bedingungen, wie sind diese dort? Also ist das Grün spurtreu? Es muss nicht unbedingt schnell sein, sondern wichtig für uns Golfspieler, Profispieler ist, dass die Oberfläche spurtreu ist, dass der Golfball genau da durchrollt, wo er durchrollen sollte aufgrund von dem, was man sieht und er nicht dahin hoppelt, weil das Hoppeln ja dann in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Also ist die Oberfläche, die grüne Oberfläche optimal zum Spielen und sind die Bunker auch gepflegt. Also hat das nicht zu viel oder zu wenig Sand drin, ist der Sand nicht zu hart oder zu weich, sondern ist, wenn man mit dem Golfball im Bunker landet, sind dort die Spielbedingungen super, ist er gepflegt, ist er gehart worden, der Bunker, dann lässt er sich natürlich auch da wunderbar rausspielen. Also du brauchst, um gut Golf spielen zu können, natürlich auch noch dich und da gibt es unterschiedliche Tage, die man hat. Am Morgen steht man da auf und dann könnte man Bäume ausreißen und hat genügend Power und da gibt es Tage, da steht man auf und dann ist man müde, man weiß nicht warum, man hat zwar oder ist früh ins Bett gegangen, konnte aber nicht richtig schlafen und heute ist ein wichtiges Turnier und ah... Tja, das ist eigentlich der Grund, warum Leute im Durchschnitt 80% ihres Handicaps spielen. Also, das ist die Leistung, die du hast, sagen wir, du hast Handicap 18 und jetzt 80% davon, das heisst, du spielst etwas darüber, du spielst vielleicht so in der 22 und das ist eigentlich so der Durchschnitt in einem Jahr, das man so erreicht, weil die anderen 20% davon, die werden nochmals aufgeteilt in zwei Bereiche, der eine Bereich ist die absoluten Katastrophenrunden, die 10%, wo gar nichts geht, alles nur noch mühsam wird und so und auch die Einstellung dann nicht mehr stimmt, weil man die Lust und den Spass daran verloren hat und dann kommen aber noch die anderen 10%, wo man sein Handicap massiv unterspielt, weil alles super ist, man genügend Power hat, der Golfplatz super war, die Bälle sind geflogen, das Wetter war ideal und man konnte das, was auf der Score-Karte gestanden hat, konnte man auch spielen, weil alles zusammengepasst hat. Jetzt, ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn du maximale mögliche Golf-Performance erreichen möchtest, dann benutze die Cowboy-Einstellung. Jetzt, was meine ich mit der Cowboy-Einstellung? Die Cowboy-Einstellung ist ein Mindset und du musst dir das so vorstellen, wenn ein Cowboy, der Kühe hütet, mit seinem Pferd, einfach da losgaloppiert und macht und tut und so, dann verscheucht er die ganze Herde und hat noch mehr Arbeit, diese wieder zusammenzubringen, damit die überhaupt irgendwo hinkommen. Also weiss der Cowboy schon zu Beginn, mach diesen Fehler nicht, geh langsam und bestimmt rein, schau dir die Dinge gut an, plane voraus, geh in Ruhe dahin, schau, dass diese Kühe nicht zu früh wegbrechen von der Herde, sondern behalte sie zusammen und schau, dass sie dann im Großen und Ganzen den Weg gehen, den du haben möchtest. Und das Gleiche ist im Golf. Wenn du da reingehst und ja, das läuft nicht und so und dann passieren Fehler und Fehler und die Fehler sind dann schon in den Büchern. Das kann man nicht mehr reparieren. Also jetzt, wenn ein Fehler passiert ist, noch probieren, die ganze Sache noch zu verbessern, indem man einen Birdie versucht zu machen und noch mehr drückt und da reingeht, dann passieren noch mehr Fehler und am Schluss hast du genau das, was ein Cowboy eigentlich verhindern will, die Herde zu verscheuchen und nicht mehr beieinander zu behalten. Also funktioniere mehr wie ein Cowboy. Geh ruhig da rein in das Turnier, überlege dir, was zu tun ist. Schau dir dieses Video hier noch an, weil das ist, glaube ich, noch wichtig. Da verstehst du, wie der Kreislauf für den Erfolg optimal ist, um die maximale mögliche Kofferform ebenfalls zu erreichen. Verbinde diese zwei Elemente, das Video von heute und das, was ich da oben verlinkt habe und behalte dabei die Cowboy-Mentalität, indem du hier ruhig reingehst und immer im Sattel bleibst, egal was passiert, ruhig voranreitest und die Herde gemütlich bis ins Loch 18 begleiten kannst, ohne dass dir die Kühe dabei entweichen. So, ein etwas längeres Video heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen, was ich dir heute gegeben habe. Als Tipp, jetzt ist der Saisonstart, vergiss die Scorecard, arbeite an deinen Bewegungen, dass diese richtig sind und du wirst sehen, egal ob die Bedingungen stimmen oder nicht, du wirst trotzdem in der Lage sein, maximale mögliche Golf-Performance abzuliefern, egal ob die Bedingungen stimmen oder nicht, weil du weisst, was es braucht, um eine maximal mögliche Golf-Performance unter deinem Handicap abliefern zu können, gegenüber den Bedingungen, die man vielleicht jetzt zu Beginn der Saison hat oder an anderen Tagen, wo gewisse Elemente noch nicht zusammenpassen und versuche trotzdem, die 80%-Marke zu knacken, indem du diese auf 85% bringst, weil dein Mindset stimmt und deine Golf-Bewegungen die bestmögliche Ausführung bekommen, die du nur machen kannst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, abonniere den Kanal, wenn es dir gefallen hat, leite es an deinen Freund weiter, dem du helfen kannst, besser Golf zu spielen und wünsche dir viel Erfolg nun bei der Anwendung, beim richtig Einordnen der Elemente und bis zum nächsten Video. Tschüss!